Der Angriff ist ein tiefer Dritt in die Leistengegend. Wir starten aus der halbpassiven Position. Wir haben die Arme also schon oben, weil wir eine Gefahr ahnen, aber sind noch nicht in der Kampfstellung, weil es noch nicht ganz sicher ist. Die natürliche Reaktion besteht darin, irgendwie seinen Körper, also das angegriffene Ziel, rauszubringen und die Hände irgendwie vor dem Angriff zu bringen. Wir haben zum einen eine Hand Defense. Mein Arm geht mit der fleischenden Seite nach vorne und leitet das Bein um, als würde ich im Sandkasten satt schauen. Der Körper geht dabei nach vorne, um möglichst früh zu blocken. Zeitgleich drehen wir die Hüfte. Direkt danach setzen wir einen Konter und gehen einen Schritt nach vorne. Danach setzen wir weitere Konter, solange die in Gefahr sind. Dann kann ich weitergehen. Und dann können wir uns gleich wieder aufbauen. Das ist es eine kleine Ecke. Sonsten kann man dasquere Zerung fledgültig. Das ist es ein besonderes Mal. Jetzt gibt es eine Brot von Bein. Ich habe mich jetzt in Gefahr keine Hangel,